Hi, wir sind Emilia Schüle und Arvid Kross. Und ab dem 20. August könnt ihr uns im Film Boy 7 im Kino sehen. Viel Spaß mit dem Trailer. Hallo? Hallo? Ich bin ja eben... Hey! Ihr hättet einen Spaten zu fahren! Ich hab die gesuchte Person gefunden. Täterbeschreibung passt genau. Ich schreibe das hier alles für den Fall, dass ich mich so wie die anderen irgendwann nicht mehr erinnern kann. Dann hoffe ich, dass du jetzt der Richtige bist, der das liest. Hier sind sie die Zukunft unserer Gesellschaft. Irgendeine kranke Scheiße geht hier ab. Was ist das für den Traum? Oder war das alles wirklich passiert?